auf einer quest meine damen und herren oh gott da wird schon gefeitet da unten guckt euch das an hier ist da unten und blieb ein einer beim toben einfach der wenn filter mal möchtet ihr ja soll ich ja ja du kannst die unten abgeben wahrscheinlich wo kann ich abgeben jetzt ist ein pop auf pop 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 an pop 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 Hilfe da ist er ja ist er das hier der Zwerch Sully Kniekeeper komm her Sully Sully die Sau meine kleine schwester ist besser als die meisten von euch und das kann ich nicht lesen weil die Dings playt über dem Bums also das ist keine arena das ist ein Kindergarten ja ja jetzt was das ist eine Fresse ja ja quest beenden und jetzt müssen wir achso ach wenn der leader annimmt wird das geteilt oder was egal achso ach versteht versteht habt ihr das gerade noch nicht gekriegt weil ich habe ja auch gerade angenommen sehr verwirrend jetzt haben wir wieder einen neuen ja 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 doch aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern wenn ich mal ehrlich bin naja der ist halt ne da hat Frankenstein ein bisschen gepfuscht ja ich glaube auch der sieht aus wie du ich? ja schon auch so mit dem Maul da an der linken Schulter nach hinten weg ne meins ist doch rechts achso ja gut ist vielleicht seitenverkehrt ein bisschen mehr sind die vielleicht nicht eins zu eins übernommen durften die aus rechtlichen Gründen wahrscheinlich nicht voll angekotzt hallo was macht der da der müsste doch schon boah guck dir das an was ist das denn komplette boah das gibt ja übelste erfahrungen hier was denn da los ich hab schlecht level up ich hab 78 76 jahwo annehmen so wer kommt jetzt ich bin gespannt und wo kommt der her? kommt jemand aus derselben Ecke? ne da kommt es von vorne mit seinem achso mit dem Wagen da da kann ich mich noch dran erinnern da hab ich selber mal einen gezogen wie hieß der Gaylord Lord Gay stirb Gaylord stirb das ist ja ein Werwolf ja Lord Geoffrey Wildwolf wo ist er denn? tot ah kommt bitte yeah gz dankeschön dankeschön hier erstmal hier hä 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 ha ha ah ich sitz doch wo ist es da hab's doch grad kommt was was ist das? wie geil hört sich das denn an mit der Todesritterstimme wuuuuhuuu boah ich kann jetzt was ganz tolles Feuerwerk was ist das denn? hoch boah ich 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 fühl mich so unsichtbar hoch ja Feuerball jawoll ich hab sogar einen Erfolg gekriegt war das alles? oder kommt er? ja ja und jetzt kriegen wir auch das Tolles einen 333er Decker Streitkolben einhändig brauche ich nicht Axt einhändig zweihändig so cringy musst du träumen so jetzt kann ich ja hier mal eine Waffe anlegen so cool so ich hab jetzt 86% ne INI noch dann äh soll ich mal anmelden bin ich hier auf der Lieder ich werd mal für eine INI so ne ich laufe oh hier ist einer aufgespießt jawoll du musst doch mhm 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 da hat ein dd nicht aber was denn da los da ich werde jetzt flüchten wohin flüchtest du wieder dahinten die eine quest noch abgeben und dann wieder nach ok da waren wir und da waren wir schon mal entdeckt dass man sich angemeldet so da wir haben irgendwo für quest ja nur die letzten zwei neuen inis haben wir noch nicht gemacht stimmt da habe ich nicht dran gedacht das stimmt allerdings ist alle meine quest annehmen hat alle die rfa fest angenommen ja ein lausbub Worms. Der Char mit seinen Scheiß-Chain-Light. Ich brauche ja gar nicht schauen. Sicher wieder 412, 415 agieren. Wahrscheinlich. Nö, hat er nicht. Hat er nicht. Er muss echt nur noch Ketten-Drecks drin. Naja. Sehr heftig, ich habe ja meinen Charme auch dieses ganze tolle Gear gekauft. Und auf diese Account-gebundenen blauen Waffen, die du da zu finden hast. Der ist abgegangen. Ich habe da irgendwie 120 Karte Pässe oder so. Ja. Ja. Krass. Ist halt übel. Na, ich habe ja auch überlegt, ob ich nicht mal wieder den Chami auspacken soll. So, aber irgendwie. Hm. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Erstmal hier den DK so ein bisschen ergriffen. Das bin ich gefühlt. Verdammt, 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 verdammt. Tja. Ja. Toll. Da kann ich auch nichts für. Das kommt wieder der tolle Wurmboss. So. Die wegfliegen. Ich würde gerne mal eine Armee holen. Ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön. So. Ist halt richtig. Schön drauf, Kollegen. Schön drauf. Jawohl. Ich habe ihn überholt. Der kann ja mal gar nichts. Der Chami. Weil der keinen Gruppenschaden machen kann. Ist ja... Was für ein Arsch. Guck dir den an. Ich habe mich überholt. Hä? Ich habe dich überholt. Ihr Lappen. Ihr könnt alle gar nichts. Boah. Jetzt gibt mein DPS wieder in den Keller hier. Ich halte nicht eigentlich an Skillpunkten. Hä? So einzig wieder. Ja, das ist immer... Das finde ich so ein bisschen doof gemacht. Von den Christa auf Level 75 zum Beispiel kannst du skillen. Und kriegst dann noch nur Glyphenplätze. Und hier und da. Und da kriegst du voll viel. Und dazwischen kriegst du dann immer nie was. Das ist irgendwie... Ja, weil es halt so unlogisch ist eigentlich. Weil im... 75 hast du ja gar kein Dings gehabt. Kein Skill. Ja. Also... Du hast ja nicht Teil-Level. Naja, eben. Da müsste es eigentlich sein 80, 85. Ja. Das ist ja auch so beknackt gemacht. Ja sowieso. Dann kriegt man immer irgendwie... Alle paar Level was. Aber dann immer so viel auf einmal. Da hätte man halt auch dann jedes Level irgendwie ein Teil oder zwei Sachen kriegen können oder so. Anstatt man auf einem Level dann so viel kriegt. Das weiß ich nicht. Würde mich jetzt mehr motivieren, wenn ich da bei jedem oder fast jedem Level irgendwie was dazu kriegen würde. Als wenn ich da alle... Die neue Waffe zahlt sich aus, was? Die ist gut, ne? Okay, Schaden, der Junge. Ich brauche auf dem Main. Achso. Ja klar, ich bin jetzt 85, ne? Jetzt sind wir mit dem ganzen... Satz jetzt nicht mit dem Arsch. Wahrscheinlich schon. Kann natürlich sein. Ich brauche auf dem Main. Brauche ich auch mal eine neue Waffe. Da habe ich noch die von Terrasse aus dem LFR vom Schader. Da. Die habe ich noch. Voll übel. Das als HC-Räder. Ja, was soll ich machen? Tja, man hätte... Man könnte ja auch in den alten Content-HC reingehen, ne? Dann hätte man so eine voll tolle Waffe. Ja, machen wir ja schon ab und zu. Aber da droppt es halt nicht. Ab und zu? Ab und zu. Ja, ab und zu. Ja, wenn da nie einer mit will, was kann ich denn dafür? Soll ich da alleine... Wieso bin ich in... Ja, das ist Greenread. Ja, nee. Da hat keiner Bock drauf, Leute. Okay, wir haben alle Equipped rein. Wir reiben uns monatelang den Arsch weg, bis wir LFR haben. Anstatt dass wir da den alten Content für eh nur zu wenig Rate tragen. Ja, ist ja bei uns nicht das andere. Ist ja bei uns nicht das andere. Aber mir ist egal. War ein Raid drinnen. Erster Raid-Tag. Marke geschmissen. 25,22er Stab. So muss das sein. Und jetzt wollen sie, dass ich Eule spiele, weil so ist klar. Ja, aber nur mit Motorrad. Ansonsten ist so eine Eule ja auch nichts wert, ne? Ja. Aber Nene, mach dir nicht. Der Heiler ist jetzt auf Urlaub. Wir brauchen noch einen Heiler. Möchtest du vielleicht... Ein Dudu-Heal brauchen wir. Möchtest du vielleicht transen? Ja. Wenn ihr zahlt. Ja, da finde ich bestimmt einen Sponsor. Hm. Federico. Muss nur mein Arena-Partner dann sagen. Warte, jetzt sag ich dem. Apropos Federico, hat die ihre Kohle schon? Die sind überhaupt... Was die... Was die... Dem Dings geliehen hat... Ja. Das hat sie wieder gekriegt. Ja. Alles auf einmal. Ähm. Auf einmal? Ja. Hat er einen Computer verwendet? Also nicht. Ja, der wollte wohl alles auf einmal zurückzahlen, deswegen hat der nicht... Ja, keine Ahnung, ich hätte das jetzt besser gefunden, wenn man mich da schon irgendwie ständig anmeckert, dann geht dann, keine Ahnung, hier mal 200 und da mal 200, sodass man wenigstens sieht, dass da was kommt. Ja, der wird wahrscheinlich auf Sommergeld gewartet haben einfach, ne? Was eh logisch ist, weil... Wenn ich dann das Urlaubsgeld hab... Na gut, aber das hätte ja schon... nach Vereinbarung eh schon lange zurückgezahlt sein müssen, also, ne? Aber ist ja geil, jetzt ist die Kohle da. Na... Aber er spielt nicht mehr, oder? Doch, der... Äh... Ne? Sehen wir, wenn ich nie will, die und so. Boah, der war... Wann waren der vorhin noch? War der noch on? Da hab ich nicht mehr drin, vielleicht weil ich so lange auf war. Kann man auch sagen, was ist das denn? Oh, nett. Ich seh immer, oh, Ausdauer-Int. Scheiß. Da ist ein Portal, wo komm ich da hin? Äh, da kommst du vom Eingang hier hin. Wenn er reinlaufen musste, aber... Wieso? Vollteile... Ich weiß es nicht. Vollteile... Aber ich glaub, die raiden da alle nicht mehr so wirklich. Also, irgendwie... Seit die... Ja, hier alle, die da halt weggetranst sind. Achso, die sind weggetranst, was? Damals doch. Ifte? 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 Ich... Achso. Nee. Ifte ist nicht mehr da. Ja, sag ich doch, Ifte ist nicht mehr da. Achso, den meinst du? Ich dachte, du meinst den... Den... Nee, nee. Ich meinte Ifte. Achso. Also, Stefan war das mit der Kohle. Genau. Stefan war das mit der Kohle und Ifte... Ah, nee. Ifte redet nicht mehr, oder? Nee, der... Der spielt nicht mehr, oder was? Ähm... Nee, der... Kann ich dir mal erzählen, wenn Stream aus ist, warum und so. Das brauchen wir jetzt nicht hier erzählen, aber... Aber... Würde wahrscheinlich dann unsere GZSZ... Das stimmt, oder? Auch gut interessieren. Ja, nee, der ist auf... Ähm... Im nächsten Stream erzähl ich das alles. Ja, ja. Nächste Woche live dabei. Da holen wir dann auch alle Protokonisten mit ins Test. Richtig. Erzählt mal, wie war der? Genau. So mit diesen LTL-Blenden da immer so ins Schwarze, so... Ja, genau. Die Schwarzen waren auch drin. Ähm... Ja, der ist auf unabsehbare Zeit wohl nicht mehr dabei, meinte er. Und, ähm... Ja, jetzt brauchen wir halt einen neuen Heiler. Wenn ihr da draußen ein Dudo oder Monkeel seid, meine Damen und Herren, meldet euch. Vielen Dank. Das klang jetzt ein bisschen... Wir haben auch Kekse. Wir haben Kekse. Und Livestreams. Aber hauptsächlich Kekse. Oh, 96%. Oh, oh. Bald hab ich ein Level ab. Mist, sorry. Hört sich nie gut an, wenn ich das mal sagen darf. Ma, scheiß Tidy Plates. Jetzt... Fliegt das hier immer so durch die Gegend... Ja, voll nicht. Die... Die fliegen alle durcheinander, die komischen... Äh... Dinger da. Und ich... Du kriegst einfach nicht den, den ihr haben willst, das Target, weil der immer direkt schon wieder weg ist. Weil die sich so übereinander schieben. Ja, ich weiß, dass ich das einstellen kann. Dieses... herumzirkulierende Tidy Plates ist echt für ein Arsch. Ich hab das glaub ich auch auf dem Main hab ich das eingestellt, aber hier halt noch nicht. Wenn mir das nicht so wichtig erschien. Und ich zuvor, außerdem hab ich's vergessen. Und sowieso. Du hast hier das Profil gekannt. Ne, bei Tidy Plates gibt's, das glaub ich nicht, oder? Doch. Scheiße. Dann hab ich das... Das ist ja auch AC3. Dann hab ich das wohl immer umsonst alles neu eingestellt. Wobei... Ist ja AC3 Power oder wie auch immer die sich nennen, nicht so... Voll zu praktisch. Ähhhhh, wieso mach ich die nämlich irgendwie... Ähhhhh... Ganz schön schlecht da unten, wa? Mit deinem Schein... Schaden, in Anführungszeichen. Schaden. Dann warte mal jetzt. Schaden, zeige ich dir Schaden. Du hast nicht mal Berufe. Du hast nicht mal wo ich... Jetzt zieh den nicht gleich. Ja, und dreh ihn auch noch. Hashtag Manipulation. Ach, ich habe keine Gifte mehr drauf. Ja, deswegen. Ist natürlich ganz toll. Wenn man da so ein... Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich kenne, warum die so viel Schaden alle machen. Wenn du keine Gifte hast, deswegen machen die mehr. Profitieren alle Klassen von. Das ist ja... Beim Krieger zum Beispiel steht drin, sobald ein Schurke dabei ist, der keine Gifte drauf hat, verursachst du 200% mehr Schaden. Ungefähr so. Das bringt halt nix, wenn man auf Gift-Dots aus ist und dann keine Gifte hat. Das ist ein bisschen doof. Oh. Ein Wille. Gürtel. Dann kriege ich eigentlich ein nice sinnvolles Gift. 99%, oh Gott, was für eine Spannung. Wir holen hier alles weg. Okay. Okay. Ich rennt ja auch noch so schnell. Wieso rennt's? Weil ich hier mein unaufhaltsamer Tod Geschwindigkeitsboost-Porno-Teil angemacht hab. Ja, sowas haben wir, sowas haben wir, sowas haben wir, wir sind viel besser als diese Schurken da. Schurken. Wer spielt denn schon Schurke? Ach, Hurensohn, kriegt der mich weg, während ich meine Armee zünde. Hat der doch mit Absicht gemacht, kann mir doch keiner erzählen, dass der Zufall war. Oh Gott. Eine Sauerei. Mö, jetzt muss der nochmal weggehen, oder was? Ich glaube ja immer, da sitzt ein GM und der steuert das und dann sieht er, ah, jetzt hat der Boss nur noch 5%, dann lassen wir den noch nochmal weggehen. Ist gar nicht Timer-gesteuert, das ist alles. Das ist meine Theorie. Yeah, wuhu, Dankeschön, Dankeschön. Ich, äh, bedanke mich bei meiner Oma. Oh, da ist ein Trink, Moment. Ja, nehmen wir mit. So, 5 Level noch, wuhu. In die Ende, Folgeende, bis morgen, haut rein. Tschüss.